Sometimes Faceless Eine Fanfiction von Nego Teatro Maui Enttäuscht Micha und Manu machten große Augen. Ich verschränkte meine Arme vor dem zu weiten Ausschnitt. Kann ich mich wieder umziehen? Das sieht gut aus. Nur nicht meinen Stil. Darf ich jetzt wieder meine Klamotten? Ich verdrehte meine Augen. Erstens war ich 16. Das war pädophil, was die hier gerade ablieferten. Zweitens waren sie meine Freunde. Enttäuscht schüttelte ich meinen Kopf. Warum konnte nicht ein männliches Wesen, ausgenommen Ries, einmal nicht auf die Brüste oder Arsch starrten, sobald man etwas Kürzeres trug? Ich ging wieder in die Umkleide und zog wieder das Shirt und den Pulli an. Die Hotpants wurden durch meine Jeans ausgetauscht. Als ich wieder herauskam, sahen die beiden mich bettelnd an und meinten, Das tut uns leid. Wir wollten nicht so starren. Wie können wir das wieder gut machen? Das brachte mich schon wieder zum Schmunzeln. Die beiden waren schon süß. Wir hängten die Klamotten über einen dieser Kleiderständer, auf denen sich immer Unmengen an Klamotten lagerten, die niemand zurückbringen wollte. Ach kommt schon, ist doch egal. Aber wenn ihr mir das schon anbietet, müsst ihr euch in einem Jam 1 gegen mich blamieren. Und das wird schwer. Oh nö, da ist es jetzt ganz so besser als du. Ach kommt schon, so schlecht bin ich doch auch nicht. Naja okay, also, ja, vielleicht doch. Wir verließen den H&M wieder und schlenderten noch ein wenig durch die Stadt. Als wir am Marktplatz ankamen, hörte ich eine bekannte Stimme. Das ist sie doch nicht wirklich, oder? Was macht sie denn hier? Ich drehte mich um und sah in die braunen Augen meiner Cousine. Lilly, was machst du hier? Lilly lachte. Sie war sieben Jahre älter als ich und studierte seit drei Jahren BWL. Ich habe hier mein praktisches Semester, siehste. Aber was machst du hier? Hast du nicht eigentlich Schule? Was hast du angestellt? Muss ich die Polizei rufen? Vermissen dich deine Eltern schon? Ganz ruhig, große. Ich besuche hier einen Freund und... Ja, also... Eigentlich habe ich Schule. Und... Angestellt? Erinnerst du dich nach an Sophie? Die Bitch? Die kleine Schwester von Marie? Oh, die war so schrecklich. Was hast du gemacht? Ich habe ihr Wünsche über einem Facepalm geholfen. In ihrem Bauch. Mit meinem Fuß? Meinte ich nun zerknirscht. Lillys Gesicht sattelte sich Überraschung ab. Dann breitete sich ein tarnfrohes Lächeln auf ihrem Gesicht aus. Geil, Kleine. Endlich hast du dich immer gewehrt. Und lass mich raten. Deine Eltern wissen nichts davon? Nicht wirklich. Es war mir unangenehm, darüber neben Manu und Micha zu reden. Sie wussten ja schließlich nichts davon. Und eigentlich hat es auch so bleiben sollen. Das war's, dann wohl mit meinem Vorzahmenaufenthalt. Wo waren sie diesmal? Ich zuckte mit den Schultern. Inzwischen war es mir egal, wo sie waren, wenn nicht zu Hause. Ich hatte mich damals abgefunden. Ach Süße, ruf das nächste Mal mich an. Dann kläre ich das für dich. Sie legte vorsichtig ihre Arme um mich und murmelte mir ins Ohr. Ist es wieder schlimmer geworden? Ich vergrub mich in ihrer Halsbeuge und murmelte ein leises Ja. Du kannst immer mit mir reden, Süße. Ich bin immer für dich da. Eine Träne verließ meinen Augenwinkel. Lilly wäre meine Ansprechpartnerin gewesen, wenn ich Probleme hatte. Ihr hatte ich auch von allem erzählt. Dem Ritzen, den Repressionen, Lea von meinem Suizidversuch. Sie hatte zugehört, mich zur Versuch zu überreden, zu einem Psychiater zu gehen, mich aber so nichts gezwungen. Und sie hatte mir versprochen, nichts zu sagen. Das hatte sie tatsächlich nie getan. Ihre eigenen Eltern arbeiteten ebenfalls in der Firma meiner, aber waren doch sehr viel öfter zu Hause. Sie wohnen in München. Als ich noch in den Kindergarten ging, blieb ich oft bei ihnen, wenn meine Eltern weg mussten. Tante Mera und Onkel Siegmund waren ein wunderbarer Elternersatz gewesen. Ich musste in Süße. Meine Pause habe ich jetzt wohl eh schon total überzogen. Sie lachte. Aber ich konnte die Trauer aus ihrer Stimme heraushören. Und das machte mich traurig. Ich hatte mal wieder jeden enttäuscht. Ich konnte nichts. Nicht einmal die Menschen, die mir am wichtigsten waren, zum Lächeln zu bringen. Wenn ich da war, brach alles zusammen. Ich war der Teufel in Person. Am liebsten hätte ich diese Gedanken vertrieben. Aber es entsprach der Wahrheit. Ich war schrecklich. Lilly war traurig wegen mir. Manu und Micha enttäuscht, dass ich ihnen nichts gesagt hatte. Meine Eltern verzweifelten an mir. Und wenn Ries das alles hören würde, würde er auch nicht mehr mit mir befreundet sein wollen. Mir wurde gerade alles zu viel. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht stark sein. Das war einfach nicht ich. Ich war zerbrechlich verletzt und würde niemals wieder die Familie von früher sein. Ich würde an der Wilds verbrechen. Und vielleicht sollte ich das Leiden verkürzen. Es wäre besser für alle Beteiligten. Manu Stimme holte mich wieder in die Gegenwand. Ich denke, wir sollten zurückgehen. Dadu wartet sicher schon. Ich folgte den beiden in sicherem Abstand. Zurichs? Das war der letzte Besser, in dem ich gerade wollte. Er würde nichts mehr mit mir zu tun haben wollen, wenn er all das wusste. Innerlich sträubte sich alles in mir. Doch ich wusste, ich musste dorthin. Wegrennen ist nicht die richtige Lösung. Aber eine. Ich hatte wegrennen wollen. Dem Tod geradewegs in die Arme. Wie leer. Aber der Tod hatte mich von sich weggestoßen und zu dem lebenden Verband. Ich bin weggelaufen. Du wolltest weglaufen. Das ist ein Instinkt. Und Instinkte sind richtig. Sie schützen dich. In diesem Fall nicht. Sie würden mich umbringen. Ich würde mir nur noch mehr Vorwürfe machen. Langsam würden sie mich von innen heraus zerfressen und mein Herz und Gehirn mit bitteren Gedanken verseuchen, die sich dort schon eingenistet hatten. Was einartiger Nachhinter bewegen konnte. Ich war Micha und Manu näher gekommen, hatte mich nur ein wenig später aber schon wieder von ihnen entfernt. Wir waren an Ries Haus hier angekommen. Micha drückte auf die Klingel und kurz darauf erklang das elektrische Summler Tür. Das bedeutete, die Tür wäre nun offen. Wir gingen hinein und bei jeder Treppenstufe wuchs die Angst in meinem Magen gegen den Meer. Es waren 84 Stunden bis zu Moris Wohnungstür. Ich hatte jede mitgezählt. Dort drückte Micha erneut auf die Klingel, auf deren ordentlichen Buchstaben DORST stand. Als Maurice die Tür öffnete, mit einem reinen Nächeln im Gesicht, das jedoch sofort verblasste, als er Manus und Michas ähnste Blicke sah, drückte ich mich schnell in ihm vorbei in sein Bad. Ich konnte nicht mit ihm reden. Nicht jetzt. Schnell schloss ich die Tür ab und robbte in die gegenüberliegende Ecke. Dort kauerte ich mich zusammen und wartete. Auf was wusste ich nicht genau? Vielleicht auf wütende Stimmen, auf Schläge gegen die Tür, auf die Enttäuschungen riechst Stimme. Ich verschränkte meine Arme über den Knien und begann zu weinen. Leise. Ich war wieder allein. Fan-Kontrolle Ich hatte sie wieder alle enttäuscht. Niemals würden sie wieder etwas mit mir zu tun haben wollen. Warum sollten sie auch? Ich war ein labiles, psychisch gestörtes und depressives Mädchen. Die Tränen liefen weiterhin über meine Wangen. Ich wollte all das nicht mehr spüren. Nicht mehr die Verzweiflung, die Sicherheit zu wissen, alle enttäuscht zu haben. Ich wollte nicht mehr nach jedem Tag in der realen Welt mich zurück für meine Wunden lecken. Ich konnte nicht mehr. Früher habe ich noch an all diese Dinge geglaubt. Ich bin für dich da, ich fange dich auf, ich werde immer zu dir halten. Ich hatte meinen Glauben verloren. Denn alle Menschen, die mir diese Worte gesagt hatten, waren nicht für mich dagewesen. Hatten mich nicht gefangen, hielten nie zu mir. Jedes Mal, wenn ich vollkommen zerstört am Boden lag, kam jemand und baute mich auf, nur mich dann wieder zu zerschmettern. Ich war eine Puppe, mit der man machen konnte, was man wollte. Vielleicht war das eine Strafe, eine Strafe dafür, dass ich Gott seine Engel genommen hatte. Sie waren zu mir gekommen und angestorben. Lea, der Engelin-Person, kam zu mir und starb nach einem Jahr. Noah kam zu mir und starb an seinem Tumor. Markus, Noas Bruder, war zu mir gekommen und wollte sich daraufhin umbringen. Ich, ich war schrecklich. Ich zerstörte alles. Jedes zerbrach an mir, während ich es nicht mal auf die Reihe kriegte, sie zu beweihen. Alle Tränen verließen meinen Körper. Aber sie waren nicht für all diese Menschen bestimmt. Nein, sie waren für mich, ich war so egoistisch. Niemand könnte es länger als anderthalb Jahre mit mir aushalten. Meine Eltern hatten es für sechs geschafft, aber jetzt waren sie weg. Ich konnte nicht mehr. Wenn ich weitermachen würde, würden nur noch mehr Menschen sterben. Ich höre die brütende Hitze und sehe die schwachen Blümchen im tiefen Sand. Langsam verdorten sie, einer nach dem anderen. Ich musste endlich hinter dem Horizont verschwinden. Der Himmel sollte sich dunkel färben, verlange sie in der Regen kommen. Femme, mach die Tür auf. Ich will doch nur mit dir reden. Und mich danach wegschicken? Nein, danke. Darum wirkte, als hätte ich ihn gefüllt mitrehen. Ich konnte nicht mehr atmen. Meine Sicht verschwamm. Ich schwamm auf einer Holzplanke im tiefen Ozean, der mich jederzeit verschlucken konnte. Alle Beleidigungen, die mir je in den Kopf geworfen wurden, verschwammen in einem Brei aus Wortfetzen. Alle tönten laut in meinen Ohren. Alle Sitzelmann verließ meine Lippen. Es sollte aufhören. Ich versuchte doch, ihm zu gefallen. Ihn alle Wünsche zu erfüllen. Denn ich wollte akzeptiert werden. Und wenn ich das nicht aus sich selbst werden konnte, dann als jemand anderes. Ich wollte doch nur normal sein, ein Freundesreiz des Gleichertrinkens haben, der mich akzeptierte. Vielleicht einen fressenden Freund. Jemand, der mich liebte, wie ich war. Glücklich sein. Ich wollte wieder glücklich sein. Jemanden lieben können. Wissen, dass er oder sie mich niemals verletzen würde. In Sicherheit sein. Aber ich war hier. Ich war in Versuchung, nach etwas zuhafen zu suchen. Ich hatte zwar einen Freundeskreis, aber dieser bestand hauptsächlich aus älteren Männern. Aber es war auch nicht mein Freundeskreis, wenn ich ehrlich war. Es war faceless. Ich wollte wie sie sein. Beliebt und glücklich mit vielen Freunden. Bewundert. Micha und Manu hatten Ries bestimmt schon alles erzählt. Er hasst mich jetzt. Ich hatte ihm nichts erzählt. Obwohl er es wollte. Ich war schrecklich. Verrückt. Aber in der boshaften Variante. Mein Gehirn funktionierte nicht mehr wie das eines gesunden Menschen. Aber was sollte ich denn schon tun? Ich war 16. Ich war schwach. Ich konnte das nicht. Nicht weiterleben. Konnte nicht weiterhin Versprechen brechen und Menschen, die mir nahestehen, enttäuschen. Menschen zerstören. Die Trauer in ihren Augen sehen. Ich war zweifelnd. Denn sie wussten, dass ich mit meinem Leben abgeschlossen hatte. Vor ein paar Monaten hatte ich mit meinem Psychiater geredet. Er hatte mich gefragt, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Ich hatte ihm geantwortet, da gäbe es nicht viel. Er hatte sich das notiert. Sicherlich dachte er, ich stelle mir ein langweiliges Leben vor. Nein, so war es nicht. Ich stellte mir ein kurzes Leben vor. Ich hatte mir ein halbes Jahr gegeben. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, ich konnte es nicht mehr lange auf dieser Welt aushalten. Das Datum war schon seit einigen Wochen überschritten. Ich hatte mir ein festes Datum gesetzt. An diesem Tag hatte ich die Antidepressive abgesetzt. Da hatte ich gewusst, ich könnte mich nicht umbringen, wenn ich positiv dachte. Also hatte ich mit ihnen aufgehört. Anfangs wollte ich zu den geregelten Zeiten zu der Lose greifen. Doch ich verbot es mir. Schließlich wollte ich doch sterben, oder nicht? Ja, ich wollte sterben. Sterben, um zu leben. Es war paradox. Wenn ich einmal tot wäre, würde ich lebendiger sein als hier, in dieser Welt voller Schmerz. Ohne die Menschen, die mir am wichtigsten waren. Es würde mich glücklich machen. Warum trat ich es denn nicht einfach? Ein Wasser schneiden, die Haut zerreißen und das Blut laufen lassen. Es wäre so einfach. Für ihn trauend erhob ich mich. Meine Hände suchten wie verengestört nach Ries' Ersatzrasierklängen. Hinten im Schrank, hinter einer Ohrstäbchenpackung lagen sie. Wie, als hätte Ries versucht, sie vor mir zu verstecken. Aber das war Irrsinn. Woher hätte er wissen, als ich mich in seinem Bad ritzen wollte? Mein Hirn kam nicht mehr hinterher. Oder war mir um den Längen voraus. Ich wusste es nicht. Aber das musste es nicht. Meine Hände zitterten, sodass ich die Packung mehr schlecht als rechärfen konnte. Jedoch schaffte ich es. Zart, als wären die Klinge zerbrechtlich, hielten meine Finger sie. Als Gewohnheit testete ich, wie scharf die Klinge war. Ein Blutstroffen rannte über meinen Zeigefinger. Gut, so würde es schneller gehen. Femi, was auch immer du da drin tust. Denke bitte noch einmal drüber nach. Bitte, tu dir jetzt nichts an. Bitte, Femi. Ries' Worte erweckten mich aus meiner Trance. Schockiert starrte ich auf die Rasierklinge, die über meinem linken Handgelenk schwebte. Ein metallisches Klirren ertönte. Ich hatte die Klinge von mir weggeworfen. Vielleicht war mein Leben nicht leicht. Aber das ist das Leben nicht. Vielleicht irgendwann einmal, aber nicht heute. Nicht jetzt. Unsicher richtete ich mich auf. Schwankend stolperte ich zur Tür. Meine zitterten Finger drehten den Schüssel herum und öffneten die Tür. Als ich mein Gesicht hob, blickte ich in Ries' verweinte, rote Augen. Ich sah vermutlich nicht besser aus. Ohne ein Wort zu sagen, umarmte er mich, als wolle er mich niemals mehr loslassen wollen. Danke. Es war so leise, dass ich zuerst glaubte, mich verhört zu haben. Warum sollte er sich bedanken? Ich musste mich bedanken. Er hatte mich gerettet. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Ich weiß nicht, ob die Therapie in Zukunft besser anschlagen wird, aber ich versuche, mich mehr anzustrengen. Vielleicht kann ich auch irgendwann mit meinem Psychiater drüber reden. Ich werde es dir nicht versprechen, aber ich versuche es, es nicht wieder so weit kommen zu lassen. Es hat mir im Herzen weh, Maury so zerstört zu sehen, aber ich konnte nicht viel dagegen tun. Alles, was ich tun konnte, war, auch wenn es ein Kampf war, zu überleben. Ich wuschelte durch seine weichen Haare. Und jetzt, hör auf zu weinen. Da kann ich ja nicht zusehen. Ich lächelte ihn an. Es ist alles gut, Ries. In seinen Augen blitze Wut auf. Nichts ist gut für mich. Du hättest dich eben fast umgebracht. Und? Und ich bin schuld. Du bist nicht schuld. Ich bin schuld, oder mein beschissenes Leben. Aber du bist wirklich in keiner Weise daran schuld. Ach komm, Ries, was muss ich denn noch alles sagen, damit du aufhörst zu weinen? Langsam verstand ich es nicht mehr. Es war, als wäre er jemand ganz anderes. Nicht der, Ries, den ich kannte. Langsam verstummten seine Schluchzer. Erzähl es mir. Erzähl mir, warum du dich umbringen willst. Und diesmal bitte die ganze Geschichte. Und warum du hier bist. Laut Micha und Manu entscheiden nicht ganz freiwillig. Ich legte meinen Kopf schief. Ich hatte nie irgendwem die ganze Wahrheit erzählt. Meine Eltern hatte ich nicht von Nähe erzählt. Lilly nicht für meinen Selbstzweifeln. Meine Eltern glaubten, ich wäre beliebt. Lilly dachte, ich wäre mutig. Ich wollte nicht zurück zu den alten Lügen. Ich wollte ihm von allen erzählen. Aber ich konnte es nicht. Er würde mich angewidert zurücklassen. Aber ich würde sowieso gehen müssen. Meine Suspendierung würde am Montag enden und ich müsste meinen Eltern alles erklären. Vielleicht würde ich auch von Faceless erzählen. Aber ich könnte niemals alles einer Person erzählen. Niemals. Es war einfach unmöglich. Jedem Mensch, dem ich es erzählen würde, würde sich von mir abwenden. Zwar würde er oder sie es nicht zeigen, aber niemand wollte mit einem geistig gestärten Mädchen gesehen werden. Femi, wenn du nicht willst, musst du nicht. Aber es würde mich freuen, wenn du dich mal anvertrauen würdest. Ich will ja, aber ich kann nicht. Dann erzähl uns so viel wie du erzählen kannst. Wir kriegen das schon hin. Ich vergrub mein Gesicht in Dries weichen Pulli. Tränen liefen mir über die Wangen. In meinem Kopf formten sich Buchstaben zu Wörtern. Wörter zu Sätzen. Sätze zu Geschichten, die ich erzählen wollte. Ich sehe sie immer noch, Ries. Immer wenn ich abends schlafen will, sehe ich sie. In ihrem Badezimmer. Überall war Blut. Ich schluckte. Meine Stimme klang vor Heulen, war so leise, dass ich mir sicher war, nur Ries konnte sie hören. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, steht sie an meinem Bett. Sie steht da und schaut mich aus ihren Augen an. Selbst im Tod trägt sie noch die Krankenhauskleidung. Diese grüne, dieses grüne T-Shirt und ihre blutbefleckte Hose. Überall ist Blut und sie verfolgt mich, egal wo ich bin. Sie ist auch da. Sie redet und lacht, aber niemand hört sie. Nur ich kann sie hören. Aber ich darf es nicht. Immer wenn ich an sie denke, sagt sie, ich hätte doch gewollt, dass sie stimmt. Immer wenn ich mich rechtfertigen will, dass ich es doch nicht gewusst hätte, schreit sie. Sie schreit, es sei alles eine Lüge. Ich wäre es nicht wert, hier zu sein, während sie... Ich luchste. Du bist ein schlechter Mensch, Femi. Wer redet denn so über seine beste Freundin? Wir haben uns einmal versprochen, immer zusammen zu bleiben. Und ich halte meine Versprechen. Ich glaube bei dir, bis du wieder bei mir bist. Dann werden wir glücklich. Halt die Klappe, ich will es nicht hören. Wir hätten hier glücklich sein können, aber du wolltest nicht, dass ich glücklich bin. Du wolltest, dass ich sehr schön auf dem Boden liege. Du hast mir nicht geholfen, zu überleben, Femi. Du hast mir geholfen, zu sterben. Ich will dich nicht als Freundin haben. Also werde ich es beenden. Die Lea, die mir gegenüber saß, zückte das Küchenmesser, mit dem sie immer Fleisch für Gulasch geschnitten hatte, und schlitzte ihre Hölzer dann auf. Das Leben ist schön, Femi. Das Leben ist schön, solange es vergeht. Meine Augen weiterten sich verschreckt. Ich löste mich aus riesen Erbungen und robbte zu Leas toten Körper. Ihre Augen starrten die Erdecke an. Es ist schön, mich sterben zu sehen, nicht wahr? Da war wieder dieser Geist ihrer Seele. Sie stand vor mir, während die tote Lea langsam verschwand. Die Tränen rollten über meine Wangen. Warum? Warum immer Lea? Warum konnte nicht ich sterben? Warum konnte sie nicht leben? Du bist egoistische Familie. Du willst nur, dass ich lebe, weil du da keine Schuld fühlen musst. Aber du musst es akzeptieren. Ich bin tot. Ich bin tot und... Du bist schuld. Nein. Ich zog meine Beine an und weinte. Ich konnte es nicht. Ich war schuld. Ich war schuld. Du bist schuld. Ich bin schuld. Du bist schuld. Ich bin schuld. Du bist schuld. Ich bin... Femi? Ist alles in Ordnung? Natürlich ist mit ihr nicht alles in Ordnung. Sie hockt hier und heult. Aber nein, es ist natürlich alles in Ordnung. Die Stimmen von Ries und Manu holten mich wieder in die Gegenwart. Micha hatte sich näher mich gesetzt. Vorsicht hat er mich in den Arm genommen. Ich lehnte mich an ihn und die Tränen versiegten langsam. Die tröstende Wärme, die von ihm ausging, beruhigt mich ungemein. Micha sagte nichts. Er ist einfach nur da und ließ mir die Zeit, die ich brauchte. Meine Finger zitterten. Mein Bauch schmerzte. Nein, nicht mein Bauch. Die Narbe. Von Zeit zu Zeit hat sie unmenschlich weh. Sie war schon zweimal aufgeplatzt. Es hatte nicht schön ausgesehen. Das erste Mal war sie aufgeplatzt, als ich sieben war. Ich war von einem Drameter Sprung drum gesprungen und hatte einen Bauchklatscher hingelegt. Der Druck war zu viel für die Narbe gewesen. Das zweite Mal war vor drei Jahren. Lea und ich waren auf einen Baum geklettert und ich war abgerutscht. Lea hatte mich da wieder hochziehen können, aber da die Narbe sowieso schon sehr angeschlagen war, platzte sie wieder auf. Die Doktoren sagten, es wäre wegen der hohen Anspannung aller Muskeln gewesen. Ähm, für mich, könntest du aufhören, meine Hand zu zerquetschen? Ich sah auf meine Hand, die mich als fest umfasst hatte. Während ich in Gedanken war, hatte ich es nicht einmal bemerkt. Oh, Entschuldigung. Wow, du redest wieder. Ich sah mich im Raum um. Manu und Ries waren nicht mehr da. Wo sind Ries und Manu? Da, du hast komplett ausgerastet, als du nicht mehr gesprochen hast. Manu hat versucht, ihn zu beruhigen. Jetzt sind die beide gerade in seinem Zimmer. Ähm, Micha? Ich sah ihm in die Augen. Ja. Ich gehe morgen. Ich muss mit meinen Eltern wegen der Suspendierung reden. Ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Und zwar nicht nur über den Tess. Gonzo kam angelaufen. Er hatte wohl gemerkt, dass es nicht die perfekte Situation war, um noch leckerlich zu betteln. Ja, ich bin auch froh, dich kennengelernt zu haben, Gonzo. Und ich entzierte meine Lippen. Jetzt war es beschlossene Sache. Morgen würde ich gehen. Es ist Zeit. Und du bist dir wirklich sicher, dass du gehen willst? Du kannst auch hierbleiben. Ich schüttelte den Kopf. Es war Zeit, Abschied zu nehmen. Ich muss wieder in die Schule. Du kannst mich ja in einem Jahr besuchen. Dann habe ich mein Abi und bis dahin reden wir über den Tess. Wenn da du dich besuchen darfst, will ich auch mitkommen. Ich auch. Micha und Manu streiten mich an. Ich lachte. Meinetwegen. Das müsste nur mit meinen Eltern absprechen. Die hätten nur so ein paar Bedenken, wenn auf einmal drei erwachsene Typen vor unserer Haustür stehen und behaupten, mich zu besuchen. Ach, jeder liebt uns. Die würden sich freuen. Ja, klar. Ja, klar. Besonders bei dir, Manu. Die sind sicher glücklich, wenn sie wissen, dass ihre Tochter mit irgendwelchen komplett geistig gestörten befreundet ist. Es tat mir wirklich leise, es verlassen zu müssen. Von meinem inneren Auge zogen die schönsten Momente vorbei. Du kennst mich auch. Ich störtete ein Lächeln an. Zombie. Er runzelte die Stirn. Ganz leicht schielte er. Faceless? Micha war in dieser kurzen Zeit zu einem wunderbaren Freund geworden. Er verstand mich auf seine ganz eigene Weise. Und ich verstand ihn. Auch wenn er es nicht gemerkt hatte. Diese Trennung hatte ihn nicht wirklich mitgenommen. Klar, die ersten Tage waren schwer gewesen. Aber jetzt sah mir die Trauer kaum noch in seinen Augen. Er hatte sie schon lange nicht mehr geliebt. Micha hatte sich neben mich gesetzt. Vorsichtig hatte er mich in den Arm genommen. Ich lehnte mich an ihn und die Tränen versiegten langsam. Die tröstende Wärme, die von ihm ausging, beruhigte mich ungemein. Micha sagte nichts. Er saß einfach nur da und ließ mir die Zeit, die ich brauchte. Ja, Micha verstand mich. Er wusste, wie er mit mir am besten umgehen konnte. Wie er mir am besten helfen konnte und drängte mich nie zu irgendetwas. Das war mir auch schon auf dem Dienstweg aufgefallen. Er war nicht schüchtern. Er war höflich. Man konnte sich immer sicher sein, von ihm ein Lächeln zu bekommen. Dafür liebte ich ihn auf eine freundschaftliche Weise. Ich konnte mir mein Leben nicht mehr ohne diesen wunderbaren Jungen vorstellen. Hi, ich bin Manuel. Kannst mich aber auch gerne Manuel nennen. Ich hatte das Gefühl, mir würden die Augen rausfallen. Ich musste auch ziemlich dämig aussehen. Das ist es nicht das, was ich denke, dass es ist, oder? Bitte kläre mich jemand auf. Manuel legte seinen Kopf schief. Er dachte nach. Es machte Klick. Wow, oder schnell. Für mich? Ich knickte knapp. Manuel war, seit ich ihn auf YouTube gefunden hatte, ein Vorbild für mich gewesen. Er hatte immer so perfekt gewirkt. Ich war froh, dass es nicht so war, denn wie jeder Mensch hatte er seine Macken. Er machte sich oft zu viele Sorgen, war in den unpassenden Situationen wütend und einfach nur verfressen. Aber ich mochte ihn, egal wie seltsam er manchmal war. Duschen ist nicht der Favorit, oder wie? Er packte meine Hand und zog mich zu ihm runter. Für dich würde ich sogar das tun. Klar, Manu hatte seine Macken. Aber sie waren genauso perfekt wie der Rest von ihm. Ich mochte Manu wirklich. Er hatte sich mir zwar noch nicht wirklich geöffnet, aber das würde auch nicht zu ihm passen. Er war misstrauisch. Er war ein Einzelgänger. Und deswegen mochte ich ihn so sehr. Er verstand mich, wenn ich alleine sein wollte. Denn er wollte auch auf der Leine sein. Wir waren uns einfach ähnlich. Leichte, federnde Schritte waren zu hören. Das Tierschoss wurde aufgesperrt und die Tür öffnete sich. Mein bisher auf den Boden gewankter Blick hob sich und sah die Augen, die mir Sicherheit, Freiheit und Geborgenheit versprachen. Verme. Maurice? Er öffnete seine Arme und ich fiel in seiner Umarmung. Ich war angekommen. Maurice war schon immer wie ein Bruder für mich gewesen. Aber diese Woche hat uns nur noch im Enger zusammengeschweißt. Ich hatte versucht, ihm alles zu erzählen und er verstand mich. Ich hoffte, wir würden weiterhin solche Vertraute bleiben. Er war und würde immer derjenige sein, dem ich meine Tränen zeigte. Und ich würde immer für ihn da sein, wenn er mich braucht. Wir gehörten zusammen. Femi, was auch immer du da drin tust, denke bitte noch einmal darüber nach. Bitte, tu dir jetzt nichts an. Bitte, Femi. Ohne ein Wort zu sagen, umarmte er mich, als wolle er mich niemals mal loslassen wollen. Danke. Es war so leise, dass ich zuerst geglaubte, mich verhört zu haben. Warum sollte er sich bedanken? Ich musste mich bedanken. Er hatte mich gerettet. Ja, Rhys war mir wichtiger als viele andere Menschen. Ich würde mit meinem Psychiater reden. Für ihn, damit er sich keine Sorgen machen musste. Für Rhys würde ich alles tun, wenn es ihm dann besser ginge. Ich wollte für immer seine Vertraute bleiben und würde ihm im Gegenzug versuchen, alles zu erklären. Auch wenn es lange dauern würde. Für ihn würde ich alles tun. Ein letztes Mal umarmte ich Manu, Micha und Rhys. Ich lüfte meine Sneaker und ging in Richtung der Tür. Ich werde euch vermissen, Leute. Ich lächelte und die Sorge in Manus und Michas Blicken verschwanden. Maurice hatte gewusst, dass ich es positiv meinte. Und ihr zwei schuldet mir noch etwas. Also, Sonntag, 14 Uhr, Teensburg. Und dann bin ich endlich mal gut in Jump'n' Ones. Ich lachte. Es war kein Abschied für immer. Schon bald werden wir wieder miteinander reden. Jedenfalls hoffte ich dies. Ich schenkte ihnen ein letztes Lächeln und öffnete die Tür. Entspannlich fiel die Treppen herunter. Vielleicht gab es doch so etwas wie ein Happy End. Die Bilder der Landschaft erschwammen, während er zog über die Grenze zwischen Baden-Württemberg und Thüringen vor. Man konnte diese Bilder nicht fixieren. Es war wie die Glücksmomente im Leben. Sie zogen vorbei, viel zu schnell. Man konnte sie nicht bei sich halten. Wenn der Zug bremste, war es im Leben eine traurige Phase. Man würde sich immer daran erinnern. So war das Leben. Schon immer. Komm schon, Ries! Ich will zum Karussell! Ries verdrehte die Augen und lächelte. Die siebenjährige Femme zog ihn an der Hand hinter sich her. Sie hatte das Karussell mit den schönen weißen Pferden gesehen und wollte unbedingt auf einem von diesen sitzen. Sicher? Das ist schon schnell. Sie zögerte. Es war beengstigend für sie. Das Karussell war wirklich schnell für eine Siebenjährige. Kommst du mit? Sie zupfte am Ähmel des 14-Jährigen, Ries, und sah ihn flehend an. Er lächelte sie sanft an und meinte, Es ist alles gut. Guck mal, die anderen Kinder haben da doch auch Spaß. Da ist nichts gefährlich. Ich schau zu. Guck mal, da stelle ich mich hin. Und wenn der Zwerd dich abwirft, fange ich dich auf. Ja? Warum hatte er mich nicht aufgefangen? Ja, in diesem Moment, da war alles gut gewesen. Aber als ich später gefallen bin, in dieses Loch, an dessen Ende nur der Tod lauert, da hatte er mich nicht gefangen. Er hatte mich fallen lassen. Ich war ihm egal. Nein, hör auf, so zu denken. Du bist ihm wichtig. Hast du nicht seine Tränen gesehen? Er hatte Angst. Um dich. Du bist ihm unendlich wichtig. Es war dein Fehler. Du hast ihm nichts davon erzählt. Schalte ich mich selbst. Wie konnte ich nur so von Ries denken? Er durfte so von mir denken. Schließlich wäre alles wahr, was er sagen würde. Er würde mich nie anlügen, nicht wahr? Und ich wollte ihn auch nicht mal anlügen müssen, wenn ich sagte, es ginge mir gut. Vielleicht konnte man im Psychiater etwas dagegen tun. Wenn es um Ries ging, wenn er dann glücklich wäre, könnte ich mich eventuell sogar überwinden. Er sollte lächeln. Er hatte das Recht dazu. Mehr als ich. Wenn ich etwas dafür tun könnte, würde ich alles geben. Lächeln. Ich wollte es wieder sehen. Das Lächeln, das mich so oft nach der Schule begrüßt hatte. Das Lächeln, das mich alles Schlimme vergessen ließ. Oh Gott, warum klang das so, als wäre ich in Ries verliebt? Ich war es nicht. Ähm, oder? Also ja, ich liebte Maurice. Aber auf eine andere Art. Ich liebte ihn als die Person, die immer für mich da war. Ich liebte ihn als denjenigen, der mir ein Lächeln auf das Gesicht haben konnte. Aber ich liebte ihn nicht. Oh Gott, diese Vorstellung war so falsch. Als Vater meiner Kinder. Vielleicht sollte er irgendwann einmal der Patenonkel werden. Schließlich sollte der Patenonkel sich um das Kind liebevoll kümmern, wenn den Eltern etwas zustoßen sollte. Ich konnte ihn mir wirklich als nichts Liebevolleres vorstellen. Ich wollte ihn nicht auf mich warten, vor dem Altar stehen sehen. Ich wusste nicht, wollte ich heiraten? Wollte ich überhaupt Kinder? Ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen, als das Lachen meines eigenen Kindes in meinen Ohren. Aber was, wenn es wie ich werden würde? Depressiv. Wenn es sterben wollte. Das wollte ich nicht. Wer weiß, vielleicht würde man eine Vergangenheit auf mein Kind abfärben. Was, wenn ich eine schreckliche Mutter wäre. Dann immer noch Probleme mit mir haben würde. Ich wollte meinem Kind keine depressive Mutter zumuten. Aber wer weiß, vielleicht würde ich ja irgendwann meine Traumfrau heiraten. Wir würden zwar auch ein Kind zeugen können, dank der neuesten Technologie. Aber vielleicht wären wir eher ohne ein Kind glücklich, als in einer Märchenbeziehung. Mann und Frau liebend. Waren da Kinder nicht vorprogrammiert? Ich wollte das nicht. In meiner Welt würde es niemals das Wort Märchen geben. Oder ein Happy End. So etwas gab es nicht. Nicht für mich. Wäre es nicht wirklich für jeden besser, wäre ich tot. Wer wusste das schon? Da stand ein Mädchen. Brustlanges, dunkelblaues Haar. Vor einem Spiegel. Ein schwarzes Kleid. Trägerlos hielt sie in der Hand. Zweifel blick sie in den Spiegel. Fragte sie sich, ob sie hineinpassen würde. Ob es ihr stehend würde. Dann trug sie es. Drehte sich. Beobachtete den sanften Fall des bodenlangen Kleides. Es musste ein dünner Stau sein. Zartinen und etwas Tüll. Es sah wunderschön. Verwirrt blickte sie in den Spiegel. Sie sah gut daran aus. Das Mädchen, welches mir so ähnlich sah, hielt die Haare hoch, als würde es einen Dutt tragen. Zufrieden nickte sie. Ich würde niemals so aussehen. So wunderschön. Ich beneidete das Mädchen. Sie wirkte selbstbewusst. Ihre Augen wirkten riesig durch die Smoky Eyes in langen Wimpern. Die Stupsnase wirkte niedlich. An ihrem Handgelenk war ein Armband. Vielleicht auch eine darbengewickelte Kette, an dem viele kleine Anhänger befestigt waren. Sie wirkte glücklich. Auch wenn er der Zweifel in ihren Augen war. Der Zweifel, dass die Leute sie auf ihren Namen ansprechen würden. Die Risse, die in ihrer Haut durch die Klinge ihren treuen Begleiter geschnitten worden waren. Aber ihr Blick festigte sich. Sie hoffte den Brustkopf selbstbewusst und schlüffte in unauffällige, schwarze Sneaker. Weiße Sohlen, schwarze Schnürsenkel. Kein Schnickschnack. Das Mädchen nickte sich aufmallend zu. Das wird schon. Du wirst nach Oxford kommen. Komm schon, das war immer dein Traum. Sie nickte sich noch einmal zu und ging dann aus der Tür. Sie würde zu ihrer Abifeier gehen. Heute würde ihr ein Traum erfüllt werden. Oxford, Rechtswissenschaften, BWL. All das, nur weil ihre Direktorin sie mochte und die Schwägerin eines hohen Tieres dort war. Das Mädchen hatte wirklich Glück. Jedenfalls jetzt. Es würde nun alles gut werden. Es würde alles gut werden müssen, um all die Ungerechtigkeit ausgleichen zu können. Und das würde passieren. Epilog Ich erzählte. Der Stuhl war nicht gemütlich. Ganz im Gegenteil. Er war hart. Kein Kissen zum Draufsitzen. Ich dachte, er solle den Menschen verdeutlichen, je schneller sie reden, desto schneller können sie von diesem Stuhl weg. Er bestand aus dunklem Holz und die Rückenlehne hatte zwei Streben, die sich gegen meine Wirbelsäule drückten. Nicht nur der Stuhl war unangenehm. Sein gesamter Raum war es. Genauso wie die Person mir gegenüber. Die Wände waren in einem kalten Weiß gestrichen. Ein Plakat, auf dem eine Reihe mentale Erkrankungen aufgelistet waren. Es stand dazu. Mentale Erkrankung. Das Plakat war blau. Es war ein eisiges Blau. Fast so wie in den Comics Baupläne immer aussehen. Mit weißer Schrift waren die jeweils betroffenen Regionen des Gehirns oder Namen der Krankheit aufgelistet. Es gab keine genauere Beschreibung zu den Symptomen oder Behandlungsmöglichkeiten. Aber das brauchte ich nicht. Ich kannte meine Krankheit. Depression. Sie wurden von diesem Psychiater diagnostiziert. Er war überrascht gewesen. Ich hatte die Angst in seinen Augen sehen können. Nein, es war keine Angst gewesen. Es war Trauer gewesen. Er hatte darum getrauert, dass ich... Ich war. Er hatte sich gefragt, wie eine 14-Jährige aus gutem Hause stammende, vorbildliche Tochter und Schülerin solche starken Depressionen haben konnte. Riecht sie die währende, unipolare Depression. Und sie waren stark. Er hatte mir seit den ersten Treffen starke Antitrepressiva verschrieben. Ich musste sie in einen strengen Rhythmus einnehmen. Eine direkt nach dem Aufwachen. Eine zweite um zwölf. Die dritte um neunzehn Uhr. Eine letzte vor dem Einschlafen. Oft ließ ich einige oder gar alle aus. Ich wusste, dass sie halfen, aber was niemals verstand. Ich hatte so lange Zeit nicht gewollt, dass es weniger wird. Ich wollte die Schmerzen, die Verstimmelung von innen heraus. Ich hatte leiden wollen, denn ich lebte und Lea tat es nicht. Femi, bist du noch da? Der Psychiater sah mich an. Er war beliebt bei allen Kranken. Alle hatten meinen Eltern gesagt. Gehen Sie zu Dr. Helpfer. Ich wusste, weshalb er so beliebt war. Wenn man in seine Teddy-Augen sah, hatte man das Gefühl, ihm schuldig zu sein, zu reden. Er hatte zwei Kinder. Deswegen hat er meinen Fall angenommen. Seine Tochter war ein Jahr jünger als ich und hatte ein ähnlich geschnittenes Gesicht. Ich hatte Bilder von ihr gesehen. Er vergüttert seine Familie. Aus seinem Schreibtisch steht dieses Bild. Seine bildhübsche Frau hielt den Zwischenvierjährigen auf dem Arm und die Tochter lachte in die Kamera. Er hatte mir mal von ihnen erzählt. Eine von vielen Methoden, mich zum Sprechen zu bringen. Er hatte schon alles versucht. Die Besuche waren inzwischen zu meiner Routine geworden. Es lief immer gleich ab. Er bat mich hinein, ich setzte mich auf den Stuhl und er sah mich an. Meistens sauerte dies aber nur ein bis zwei Minuten, in denen ich seinen Blick standhielt. Dann wandte er sich wieder seinen Papieren zu. Einmal hatte das Telefon geklingelt. Da war meine Sitzung zehn Minuten früher vorbei gewesen. Aber ansonsten saß ich eine Stunde auf dem Stuhl. Ich mussete die Bilder, deren Motive ich schon lange aus meinen Träumen kannte. Meine ersten Miserie waren die Hölle gewesen. Er hatte freundlich mit mir gesprochen, während ich angeschrien werden wollte. Aber er hat es nicht getan. In der allerersten Stunde hatte ich geredet. Ich hatte ihm vom Nea erzählt. Es war nur das Nötigste gewesen. Aber trotzdem zu viel. Er hätte nichts von ihr wissen dürfen. Sie war mein Geheimnis. Heute war Montag. Zwei Minuten nach acht. Das war seltsam. Meine Termine waren mittwochs von halb zwei bis halb drei gewesen. Weswegen war ich hier? Ich wollte mich bessern. Ich frage noch einmal. Warum bist du hier? Dein Termin ist erst am Mittwoch. Mein Mund war wie ausgetrocknet. Ich stockte, als ich ihm meine Gründe erklärte. Ich... Ähm... Also... Ich will reden. Überleer? Ich schüttelte den Kopf. Deinen Eltern? Wieder schüttelte ich den Kopf. Ist irgendetwas in der Schule? Ich will dir helfen, Famille. Aber das kann ich nicht, wenn du mich nicht lässt. Es... Ähm... Es ist... Es ist nichts in der Schule. Und nach kurzem Zögern fügte ich hinzu. Nicht nur... Es... Ähm... Es ist überall, wissen Sie? Diese Stimmen, die mir sagen, was andere von mir denken. Wie sie reagieren werden. Ich weiß, ich soll nicht auf sie hören. Und das haben sie mir schon an unserem ersten Treffen gesagt. In diesem Moment habe ich es für Humbruch gehalten. Aber nach einigen Monaten dann nahm ich ihre Worte ernst. Wissen Sie, ich habe Freunde. Ich kann es selbst kaum glauben. Es gibt minder Menschen, die lachen, wenn sie meine unlustigen Witze hören. Wenn ich dumme Fehler begehe. Wenn ich total versage. Aber vor allem sind sie verständnisvoll. Sie sind die besten Menschen, die ich kenne. Verteidigen mich, gehen über anderen und reden mit mir. Vollkommen normal. Nicht wie die Lehrer, die denken, ich wäre eine einzelne Glasschäbe, die kaputt geht, wenn man sie berührt. Nicht wie die anderen in der Schule, die mich für eine hochnäsige Streberin halten. Sie lachen über mich. Nicht mit mir. Wie diese Leute im Internet. Wenn ich im Internet bin, allein in meinem Zimmer, meine Eltern sind nicht oft da, dann fühle ich mich besser. Ich bin glücklich, weil das eine andere Person ist, die da auf dem Stuhl sitzt. Ich habe keine gespaltene Persönlichkeit. Ich trage auch keine wirkliche Maske. Das ist mir in den letzten Tagen klar geworden. Ich kann nicht lachen und Späße reißen wie das Mädchen, das ich im Internet bin, wenn alle denken, ich sei zerbrechlich. Hier fühle ich mich isoliert. Ich habe keine Freunde in der Schule. Der einzige Freund ist das Lernen. Die Stille in meinem Kopf, wenn ich gerade eine komplizierte Aufgabe löse. Aber im Internet, da gibt es Menschen, denen ich wirklich wichtig bin. Sie respektieren mich, als die, die ich bin. Manchmal lachen sie auch über mich. Aber dann muss ich mitlachen, weil ich etwas wirklich Dummes getan habe. Ich weiß, dass sie niemals über mich lachen würden. Ich vertraue ihnen. Sie sind alle älter als ich und so gut wie alle sind Männer. Das erwartet man bei einer 16-Jährigen nicht, nicht wahr? Man denkt, dieses Mädchen hat ihre Freunde, mit denen sie shoppen geht. Vielleicht auch mal über ernste Themen redet. Vielleicht hat sie einen Freund, der sie liebt. Aber dem ist nicht so. Ich habe Freunde, von denen auch einige auch schon 30 sind. Mit denen ich oft und gerne zocke. Andere in meinem Alter halten solche Personen für langweilig. Aber sie sind nicht langweilig. Sie haben die besten Geschichten auf Lager. Sie können so mit mir reden, dass ich automatisch lächeln muss. Diese Menschen wissen nicht, wie ich aussehe. Sie kennen eine Stimme, wissen, dass ich jünger als jeder von ihnen bin. Aber denken alle, dass ich so um die 20 bin. Nur drei wissen, wie ich aussehe oder wie alt ich bin. Auch nur drei Leute wissen, wie mein richtiger Name ist. Aber ich vertraue ihnen, dieses Geheimnis nicht zu verraten. Denn dann würden sie mich verraten, mich verletzen. Und das wollen sie nicht. Sie wollen nicht alles über mich wissen. Manche Dinge weiß nur ich und das sollte auch so bleiben. Aber ich bin diesen Menschen etwas schuldig. Wissen Sie, vor kurzem wurde ich von der Schule suspendiert. Ich habe mich mit einer Schülern geprügelt. Ich war einfach wütend, weil sie die Person beladet hat, die am wichtigsten ist. Und dann hat sie uns verglichen. Aber diese Person, sie ist so viel besser als ich. Freundlich. Sie kann lachen, hat viele Freunde. Aber sie hat nur Schreckliches über diese Person gesagt. Sie hat gesagt, wir wären uns ähnlich. Aber das sind wir nicht. Ich habe sie anscheinend zum Kotzen gebracht, wenn ich es richtig verstanden habe. Eine Woche durfte ich nicht in die Schule. In dieser Zeit war ich bei besagten drei Freunden. Ich habe schon länger kein Antidepressiva genommen. Ich habe mir nicht viel Zeit gegeben, um zu sterben. Und dann ist alles zusammengebrochen. Ich habe versucht, mich umzubringen, in Bad einer meiner Freunde. Weil ich vor der Wut und der Ertäuschung in seinen Augen fliehen wollte. Aber ich habe es nicht getan. Als ich wieder rausgekommen bin, habe ich gesehen, wie sehr sie Angst um mich gehabt haben. Auch wenn ich in diesem Moment nicht verstanden habe, weshalb. Aber ich will diese Angst nie mehr in ihren Augen sehen. Denn es würde mich zerstören. Und es würde sie zerstören. Ich habe nicht lange gebraucht, um diesen Entschluss zu treffen. Es war Hals über Kopf. Ich weiß, dass sie mich seit zwei Jahren versuchen zu behandeln. Ich weiß, dass ich ein schwieriger Fall bin. Aber würden sie mal glauben, wenn ich ihnen sage, dass ich versuchen werde, ihnen alles zu erzählen? Und alles zu erklären? Die Betone liegt auf Versuchen. Ich kann ihnen nicht versprechen, wie viel ich sagen werde. Oder dass sie es verstehen werden. Vielleicht werde ich an einem Tag nur einen Satz, ein Wort sagen. Aber ich werde etwas sagen. Etwas zu meiner Geschichte. Und wenn ich es nicht sagen kann, werde ich es aufschreiben. Ich kann mich besser ausdrücken, wenn ich schreibe. Aber um auf den Punkt zu bringen. Ich bitte sie. Ich fliehe sie an. Helfen sie mir. Ich kann mir nicht selbst aus diesem Loch helfen. Aber vielleicht können sie es. Ich kann nicht entschuldigen, dass ich in den letzten zwei Jahren geschwiegen habe. Ich kann nicht entschuldigen, dass sie ihre Zeit um mir verschwendet haben. Aber ich versuche mich zu bessern. Und ich würde mir wünschen, dass sie mir helfen. Ich sah den Psychiater fliehend an. Er wirkte sprachlos. Er hatte schon lange kein Wort mehr von mir gehört. Und jetzt waren es viele gewesen. Sehr viele. Langsam nickte er. Ich habe gesagt, ich will dir helfen. Aber ich kann es nur, wenn du mich lässt. Und es sieht so aus, als würdest du es zulassen. Mehr sogar. Du versuchst mir zu helfen, dir zu helfen. Das ist mehr, als viele andere Patienten versuchen. Ich verlasse mich auf dich, Familie. Wenn du am Mittwoch kommst, würde ich mir ein paar Worte aus deinem Mund wünschen. Es müssen nicht viele sein. Aber ein paar mehr. Mehr als Hallo und Auf Wiedersehen. Ich werde dir helfen, solange es geht. Solange ich kann. Er machte eine Pause. Dann griff er in eine der zahlreichen Schubladen seines Schreibtisches und holte ein schlichtes, schwarzes Heft hervor. Du hast gesagt, du kannst dich besser ausdrücken, wenn du es ausschreibst. Also, wenn du jemandem etwas erzählen willst, kannst du es hier reinschreiben. Ich werde es nicht lesen. Nur wenn du willst, dass ich es lese. Diese Bücher haben schon vielen Menschen geholfen. Aber ich habe gemerkt, dass du nicht wie alle anderen bist. Vielleicht hilf es trotzdem. Versuche es, wenn du willst. Lass es, wenn nicht. Beides ist in Ordnung. Er drückte mir das schwarze Buch in die Hand. Auf dem Buchdeckel war ein schnörkeliger Buchstaben geschrieben. Dear Diary. Ich nickte. Ich würde es versuchen. Und jetzt gehen. Ich konnte ja nicht wie sonst meine Sachen erledigen. Er zwinkerte. Das war der erste Moment, in dem ich verstand, wirklich verstand, was alle an ihm mochten. Er war nicht wie ein Doktor. Eher wie ein Freund. Auf Wiedersehen, Herr Helfer. Bis Mittwoch. Ich war aufgestattet und zur Tür gegangen. Bis Mittwoch von mir. Hinter mir schloss ich die Tür. Das Buch an meine Brust gepresst. Ich nahm meine Tasche von der Garderobe und stapfte es dort hinein. Als ich endlich die Praxis verließ, atmete ich tief ein. Ich würde mich bessern. Ich würde es versuchen. Für Micha, für Maurice, für Manu, für Lea, für mich. Das war Sometimes Faceless. Eine Fanfiction von Nigo Theater Maui. So. Ähm, ja. 50 Minuten am Stück lesen. Das werde ich ganz sicher nicht nochmal machen. Aber. Ähm. Ja. Wir sehen uns dann bei Steckspatt wieder. Ich weiß nicht, wann das kommt. Vielleicht noch am gleichen Tag kommt drauf an, wie lange es dauert, das hier hochzuladen. Leute. Ich bin in einem verdammten Dorf. Mit noch schlechteren Menschen, als man es normalerweise in dem Dorf hat. Und. Das dauert, glaube ich, so ein bisschen lange, das hochzuladen. Aber gut. Dann. Ja. Schaut bei Nigo Theater Maui vorbei, denn von mir ist sowohl die Leinart als auch das Buch. Gleich kommen nur noch ein paar Outtakes, die irgendwann mal geschehen sind. Lass Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich konnte mir wirklich als nichts vorlieber aufsch... Eine direkt nach dem Aufwachen. Eine zweite um zwölf. Die dritte um neun... Handy. Der Tritte um weiß nicht mehr. Die dritte ist sí. Die dritte. informs Duke, Darant extras. ustom. Die dritte. tiempo,hourier. Engl serie pathet. Die dritte. ... Die dritte. хilli. Bis zum nächsten Mal.